Name? Stefanie. Claudio. Übername? Claudi. Heinzma. Kosename? Liebst Claudi. Stribbel. Alter? 25. 19, ab bald. Beruf? Schülerin, jetzt Sängerin. Machen das Management. Grösse? 1,78. 1,66. Was wären Sie gern geworden? Bestotterin. Kehricht, Abführ, Mann. Ihr häufigstes Medikament? Schmerzmüt. Kolundersirup. Wer ist streitsüchtiger? Beide gleich. Ich. Wer nervt mehr? Ich. Ich glaube, ich, aber schien auch sehr. Wann? Immer. Zill am Morgen. Schon mal gekifft? Nein. Ja. Schon mal am Strand Liebe gemacht? Nein. Bei welcher Musik stellt es Ihnen ab? Techno. Auf welche TV-Sendung können Sie nicht verzichten? Simpsons. Machen Sie Ihre schlimmste Grimasse? Das ist meine schlimmste Grimasse. Ich habe gar keine andere. Schnarchen Sie? Nein. Nie. Also, nein. Wie war Ihr erstes Mal? Super. Unerfahren. Schenken Sie uns einen Schrei? Ah! Ich schreie privat nie. Das habe ich schon gemerkt. Ich kann es nicht. Was ist der G-Punkt? Ich glaube, ein sehr erregender Punkt war, den noch niemand wirklich offiziell gefunden hat. Es müsste hier sein. Was ist der I-Punkt? Was? Ein Punkt auf mir. Welche Speise bringen Sie nicht runter? Fisch. Äh, Rosenkohl heisst das, glaube ich. Onanieren Sie? Ja. Ah, nein, ist ja. Wie treu sind Sie? Treu. Sehr treu. Schauen Sie gern Sexfilme? Nein. Äh, komme ich gar nicht dazu. Singen Sie Ihr Lieblingskinderlied? Ich habe so eine scheisse Kindheit in Sachen Musik gehabt. Ich habe die Musik verabscheidet. Ich habe nie gesungen. Kennen Sie den Satz des Pythagoras? Oh, ich bin schon lange in meiner schönen Seite. Ah, warte. Weiterauf. A² plus B² gleich C². Die schönste Liebeserklärung, die Sie je erhalten haben. Ich habe mal einen sechstseitigen Liebesbrief bekommen. Ich habe noch nie einen bekommen. Ich habe in den Türen viele schöne Metapheren. Ich habe ja nie wirklich so einen Lehrersbrief bekommen. Ach, das kommt schon noch. Sind Sie glücklich? Ja. Und Sie? Ja. Glück gehabt.